So hey, wir kommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von From Zero to Hero der Karrieremodus Simulationsserie hier auf dem Kanal. Es geht heute weiter mit New England Revolution. Wir versuchen natürlich wieder jetzt im August einen neuen Verein zu finden für unsere Karriere, um uns ein bisschen nach vorne zu bringen. Mal sehen, ob das funktioniert. Die Jobangebote momentan sind interessant. Riva Plata beispielsweise San Lorenzo. San Lorenzo bewerben wir uns einfach mal. Mal sehen, ob irgendwas funktioniert, aber wir gehen jetzt natürlich erstmal weiter und trainieren unsere Mannschaft. Zwei, eins und da haben wir die Trainingsergebnisse. Mieska steigt auf 80 und auch bei Armstrong sieht es gut aus mit einem A. Green auch mit einem B, Majoral mit einem D und Rougani mit einem C. Sieht in Ordnung aus allgemein. Wenn euch die Episode übrigens gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen da oben. Deine Links in der Videobeschaut zu Instagram, Facebook, Twitter, Randrun auf jeden Fall mal auschecken. Aber der Like ist das Wichtigste, denn Freunde, glaubt mir, es ist wirklich die beste Unterstützung und es bedeutet mir richtig viel. Vor euch noch einen Klick und für mich hilft es einfach. San Lorenzo möchte uns überraschenderweise nicht haben. Egal, dann machen wir erstmal eine Pressekonferenz. Vielleicht wechseln wir ja doch irgendwann mal den Verein. Yay, wir haben mal wieder einen guten Spieler gefunden. Als monatliches Scouting-Update ist ein Torwart, der Treml heißt. Das passt ja, allerdings ist der 1,95 groß und dummerweise wieder Torwart. Und das brauchen wir eigentlich nicht. 29 Siege, 21 unentschieden, 20 Niederlagen. Eigentlich in so einer Statistik gar nicht so schlecht, aber irgendwie will nicht so wirklich. Wir spielen gegen New York und die sind stark. Gerade zu Hause, denke ich mal, mit Wright-Phillips, Kleschen und auch Veron und Sam vorne drin. Das ist alles andere als Eirau. Wir kriegen zwei gelbe Karten, 14 Minuten durch. Noch nichts passiert. Berthier kommt für Sam rein. Agudelo kriegt die gelbe Karte. Wir sind 60 Minuten drin. Und es steht 1 zu 0 durch Majoral. Der trifft wirklich, wie er will, der Junge. Das ist unglaublich. Vielleicht können wir das über die Zeit retten. 80. Minute. Noch steht es 1 zu 0. Es scheint nicht viel zu passieren. Und wir holen uns die drei Punkte in New York. Was natürlich sehr schön ist. Der 30. Sieg in unserer Karriere. Und Sam Bindi ist im Torwart nicht in der Startelf zu stehen. Aber das ist mir egal. Denn wir sind somit immer weiter auf Playoff. 2, 1, go. Simulation und Armstrong. Uh, ganz, ganz schlechte Ergebnisse. Dreimal D und zweimal C. Aber Gorin und Armstrong steigen. Und damit ist Armstrong unser neuer Stürmer über Davies. Zumindest in der Theorie. So, nächstes Spiel gegen Orlando. Ich habe gerade übrigens zwei interessante Vertragsangebote rausgehauen. Wir haben zuletzt gegen Toronto die San Jose Earthcakes verloren. Gegen die New York Red Bulls gewonnen. Wir spielen übrigens doch ohne Armstrong, weil Davies so gut drauf ist. Auch wenn er nicht trifft. Ja, Kaka spielt ausnahmsweise mal. Genauso wie Rivas und Higuita. 1 zu 0 durch Serge Gnabry. Wie unsere Laika vom FC Arsenal. Sehr, sehr schön. Oder haben wir den gekauft? Ne, ist geliehen. Das ist echt scheiße, wenn man sowas vergisst. 45 Minuten durch. Davies mit dem 2 zu 0. Majoral mit dem 3 zu 0. 3 zu 0. Weiß gar nicht, ob wir das irgendwann schon mal so hoch geführt haben. Colin kriegt auch noch Gelb-Rot. Das heißt, normalerweise müsste Platz sein für mehr Tore. Sambinja kommt für Kimmich. Und Rivas macht das 3 zu 1. Majoral mit dem 4 zu 1. Das läuft richtig gut. 11. Saisontag übrigens für Majoral. Ganz, ganz stark. Ja, läuft doch. 2, 1. Nisses Training. Und wir haben ein B bei Majoral, der in jeglichem Belang steigt. Und ganz kurz vorm Upgrade steht bei Mieska an C. Ein A bei Armstrong, was auch schön ist. Rugani und Green beide mit einem D. So, wir spielen gegen Vancouver zu Hause. Die haben zuletzt 1 zu 1 gegen Toronto gespielt und gegen Galaxy. Und davor 3 zu 0 gegen die Colorado Rapids gewonnen. Mal sehen, wie das gegen uns laufen wird. Wie Lafanias kenne ich nicht mal. Nee, ist schnell. Rivero ist nicht schlecht. Aber wir haben einen sehr starken Karten. Normalerweise sollte da was möglich sein. 25 Minuten durch. Majoral trifft mal wieder. Der ist so unfassbar stark. Es ist genial. Davies mit dem 2 zu 0 verletzt sich währenddessen. Aber ist egal. Wir führen 2 zu 0. Davies geht... Nee, Armstrong kommt für... Achso, ach ja, genau. Davies hat auch was hier gespielt. Armstrong geht auf jeden Fall runter. Wilson kommt dafür rein. Moroni kommt für Davies. Rugani trifft mal. 3 zu 0. Und Mieska kriegt natürlich mal wieder gelb. Aber egal. 3 zu 0 Sieg. Jetzt läuft es richtig. So, den ersten Verteidiger haben wir schon mal. Den neuen und zwar Bruno Nascimento vom 1. FC Köln. Den holen wir zur neuen Saison. Dann im Winter kommt er zu uns. Ist ein Brasilianer. Ich denke mal, das ist ganz in Ordnung. Der ist noch relativ jung mit 24 und passt schon. Ring, wie ihr da unten sehen könnt, bekommen wir nicht. Der möchte in Kaiserslautern bleiben. Und davon will ich leider nicht, Gott, ist nicht das Geld. Und von daher mal schauen. Vielleicht finden wir noch irgendjemand anders jetzt. So kurz vor knapp, den wir im Winter verletzten können. Der Junge sieht unglaublich stark aus. 80 Abschluss, 17 Jahre alt, 68er-Leute. Kenn ich nicht. Ist aber geil. Wir sind zu Gast beim New York City Football Club, die zuletzt gewonnen, verloren und unentschieden gespielt haben. Weil sie eine sehr ausgeglichene Statistik haben. Wir spielen vorhin unter anderem mit Elton. Wenn das der Brasilianer ist, interessant. Galloway geht nach 5 Minuten gelb. Ansonsten nach 25 Minuten noch nicht viel passiert. Wir spielen übrigens genauso wie gerade. Abgesehen davon, dass Gnabry wieder trifft. Und dass jetzt auf der 10 nicht Davy steht, sondern Quatsch, Jeffren. Kimmich kriegt gelb. Wilson kommt für Armstrong rein. Ronny für Jeffren. Was eigentlich doof ist, weil Ronny echt nicht gerade fit ist. 75 Minuten durch. Wir führen immer noch 1-0. Die Defensive steht mittlerweile halt echt stark. Tierney kommt für Majoral und wir gewinnen. Gegen New York. Die Defensive mit Nadine natürlich jetzt ganz neue Qualität. Ja, vorher Shuttleweather. Klar, das war Gegend hochkassiert. Aber mal so läuft das. So, Simulation des Trainings mal wieder. 2x B für Majoral und für Rugani. Und dann haben wir ein D für Armstrong. Ein C für Green, der mittlerweile im Kader steht. Und ein D für Mieska. Wenn uns übrigens keinen Verein will, dann gewinnen wir halt diesmal die Playoffs. Dann will er uns bestimmt irgendwie haben. Wir haben gerade unseren Linksverteidiger Chris Tierney verkauft. Und zwar in der SC Freiburg. Haben mehr Geld bekommen und können dementsprechend nochmal gucken, ob wir eventuell noch einen Ablösefreiwerf lichten können. Mein Lieblingskandidat wäre dabei Tolga Cigertschi. So, Freunde. Ich habe hier ex-Angebote für Johansen, für Josabet, für Ring und für Enzo Reale. Aber ich entscheide mich für Johansen, weil der, soweit ich weiß, der Beste von denen ist. Haben wir jetzt gar kein Geld mehr. Also wirklich gar keins. Aber das ist mir ehrlich gesagt egal, weil jetzt haben wir einen richtig genialen Spieler im Winter. Und das ist genau das, was ich ganz gerne möchte. Und von daher läuft das doch ganz gut. Wir werden nur das Problem haben, diese Jugendmannschaft auszubauen. Denn wir haben gar kein Geld mehr. Um irgendwelche Spiele aufzunehmen. Aber, naja. Ich habe irgendwie nur Torhüter. Kann das sein? Also zumindest von denen die Guten. So, wir spielen mit Wales gegen die Schweiz. Das Ganze wird natürlich wieder geskippt. Und wir gewinnen 1-0 durch ein Tor von Matthews, dem Mann von Celtic. Da, wo übrigens Johansen herkommt. So, Freunde. Und jetzt geht es gegen Tschechien für die World Cup Qualifiers. Übrigens, die zuletzt gegen Slowenien 2-2 gespielt haben. Und gegen uns 2-0 gewinnen durch Karajabek und Kresci. Die beide eingewechselt wurden. Eingewechselt. Schon scheiße. So, wir haben andere Spieler im Training. Und zwar unter anderem nach die Galloway und Kimmich. Beziehungsweise sind das die einzigen. Galloway steigt direkt mal zumindest bei Ferien-Zweikampf. Und Armstrong schon wieder mit einem A. Das will ich sehen von meinen Magpies. So, nächstes Spiel gegen DC United. So, letztendlich nach lange gegen L.A. und gegen Philly. Unentschieden gegen Real Salt Lake, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Aber sie gingen gegen uns in Führung nach 12 Minuten. Was natürlich nicht so schön ist. Gelb für Ronny. Leute, komm, gegen so einen Verein darfst du normalerweise nicht verlieren. Torschütze kriegt die gelbe Karte. 45 Minuten durch Saborio verschießt den Elkmeter. Vielleicht ist das unser Zeichen, dass wir nochmal kommen sollen. Rosny, er kriegt übrigens, er wird ausgewechselt. Nigel kriegt Gelb-Roll. Da sind wir sogar in der Überzahl. Normalerweise, komm, irgendwas muss doch noch gehen. Gnabry mit dem 1 zu 1. Das ist schön. So will ich das sehen. So, Trainingsergebnisse. Green. Steigt zumindest bei Übersicht in lange Pässe. Und ansonsten haben wir nur Cs, ne? Ne. Galloway hat das D. Sonst alles Cs. Cijin Afajali. Ein chinesischer Türke aus Deutschland, dem wir leider nicht verpflichten dürfen, weil wir nicht genug Geld haben. Wir brauchen mehr Geld. Wir haben ein Problem. Wir können ihn nicht verpflichten. Wir haben nicht genug Geld. Wie ihr hier seht, wir haben gerade mal 147 Euro Gehaltsbudget. Und das reicht nicht. Und da das Netzwerk aufgelöst wird, wie ihr seht, verlieren wir ihn. So, zuletzt die Anlagen gegen Dallas und Houston für Seattle gegen die Colorado Rapids haben sie gewonnen. Das ist das 30. Spiel in der Saison und damit jetzt das letzte für diese Episode. Mal sehen, was wir da noch reißen können und ob wir da noch was reißen können. Valdez kriegt gelb. Von den Ratings her ist Cielo wirklich echt gut. Ivancic, Martins, Valdez. Okay, defensiv Evans, aber sonst nicht so. Aber da sind auch viele Leute weggegangen anscheinend. Wenn man so die Bank anguckt, da fehlen einige. Ja, 65 Minuten durch. Nichts passiert bisher. 1-0 Ivancic. So, was sieht man gerne. Aber Gnabry Mitte Mainz zu 1,78. Schon wieder mit dem Ausgleichs-Treffer. Von daher vollkommen in Ordnung. Gut, aber das war es von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich freue mich auf die nächsten Wochen und dann vielleicht auch auf einen neuen Verein. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.